Musik Hi, ich bin Lucy und ich bin gerade mit der Organisation Kulturwerke Deutschland in Los Angeles auf Schüleraustausch für ein halbes Jahr. Ich nehme euch jetzt auf so einen ganz normalen Schultag von mir mit und ich zeige euch so ein bisschen, was ich in der Schule und auch vor allem nach der Schule so mache und ja, ich zeige euch einfach so ein bisschen einen Einblick in meinen Alltag hier. Mir gefällt es sehr gut hier bisher und ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Also ich fahre immer mit dem Bus zur Schule und normalerweise bringt meine Hostma mich immer zur Bushaltestelle, aber heute kann sie nicht, deswegen laufe ich jetzt hin. Aber ja, ein schöner Morgenspaziergang. Musik 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 Hi, ich war gerade im Gym und bin mit dem Bus nach Hause gefahren. Und jetzt gehe ich von der Bushaltestelle aus nach Hause. Also das dauert jetzt noch so 20 Minuten, aber naja, jeder Gang macht schlank. Musik Musik Ich bin jetzt auch mal zu Hause angekommen und hier ist der Blick bei uns die Straße runter. Ja, also ich würde sagen, es geht schlechter. Musik Ich war jetzt gerade im Gym und bin nach Hause gekommen und ich war gerade noch kurz im Pool draußen. Es war richtig schön, weil der Tag heute war richtig heiß. Dann war es sehr erfrischend in den Pool zu gehen. Und dann habe ich geduscht und mir was Gemütliches angezogen. Und jetzt gleich gibt es Abendessen, aber vorher räume ich noch einmal kurz mein Zimmer auf, weil ja, es ist jetzt nicht so ordentlich. Also so sieht es gerade aus, also es geht noch. Okay, so ist es jetzt nachher. Also auf jeden Fall schon besser. Ich packe jetzt noch einmal kurz meine Schultasche vom Raum und dann zeige ich euch kurz, was ich alles so mitnehme. Also ich habe jetzt Papier, mein Computer für die Schule, Bücher und mein Kalender, mein Portemonnaie, Ladekabel. Sehr wichtig. Noch so ein paar Kosmetik-Sachen und Kopfhörer. Also eigentlich nur so das Wichtigste. Also wir müssen echt nicht so viel mitnehmen. Das ist sehr gut. Übrigens, das ist der Blick aus dem Fenster. Ist ganz cool eigentlich. Und da unten haben wir noch einen Pool. Also ist echt ziemlich schön hier, finde ich. Ich esse jetzt Abend. Ich habe ein bisschen Hühnchen, so Gemüse und das sind so Nudeln. Ja, das hat meine Hausmann mir gemacht. Genau, das esse ich jetzt. Es ist jetzt 8 Uhr und ich habe fertig Abend gegessen. Und ich habe mir jetzt noch als Nachtisch einen Apfel genommen und ein Stück meine Lieblingsschokolade. Und jetzt gucke ich noch Smuts ein bisschen. Und ja. Das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr einen Einblick in meinen Alltag bekommen konntet ein bisschen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch Kulturwerke Deutschland hier auf YouTube folgen und auf Instagram. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. health carefern czy